Jetzt kommen hier die Vlogbrothers. Bubingsbrothers. Mal sehen, ob ich sie schaffe. Mal sehen, ob ich sie schaffe. Lass es uns herausfinden. Und sie schießen mit ihren Fingernägeln auf mich. Was ich nicht sehr erfreulich finde. Nein! Oh Gott! Nein! Komm, einer von euch muss hier sterben. Wieso ich nicht, ihr? Bam! Nein! Ihre Fingernägeln, sie sind so scharf. Oh Gott! Nein, nein! Nein! Fingernägeln, hat zu viel, hat zu viel. Scheiße! Geh! Nein! 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 Stopp! Nein, nicht ich! Einfach sind die so viel einfacher als auf schwer. Obwohl, es gibt keinen Schwierermodus. Es gibt nur einen Schein. Und es hat einen Armut. Nein. Nein. Und das ist der erste Endgegner. Das sind Brothers. Mit den Lippen könnten die auch Sisters sein. Das ist so einfach so. So schlecht. So schlecht. So schlecht. So schlecht. Alter, alter. Nein, ich muss sie schaffen. Ich muss sie... Scheiße. Ich will nicht jetzt gleich schon laden müssen. Aber wahrscheinlich werde ich es müssen. Aber ich will es nicht. Nein, wieso fällst du nach hinten? Nicht nach vorne. Das ist so. Es ist... Nein. Wieso springen die ja immer auf mich drauf und nicht vor mich? Ich will das nicht. Und die wollen das. Und ich nicht. Und jetzt schießen sie Fingernägel. Ich glaube, ich glaube, so langsam habe ich es raus hier. Guck dich das an. Da. Jedes Mal hier, wenn sie ein Gespräch haben. Schießen. Jawohl. Der erste ist drin. Ich sehe Hoffnung, meine Freunde. Ich sehe Hoffnung. 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 Und die Hoffnung hat sich doch tatsächlich erfüllt. Und wir haben gesiegt. Gut, auch wenn wir vier Leben auf einmal voll worden haben. Aber wir haben es geschafft. Ha. Ha. What a piece of... I can't. Scheiße. Gut. Geschafft. Ich bin stolz auf mich. So. Und jetzt... Jetzt fährt Block wieder nach Hause auf seine Insel. Und dort sieht er, dass alle seine... Guck. Am nächsten Morgen. Hier. Siehst du? Am nächsten Morgen sieht er nämlich, dass hier alle seine Bumsflaggen geklaut wurden. Und das findet er gar nicht toll. Deswegen machen wir jetzt erstmal ein Safe Stat. Und verfolgen das Ganze weiter. So. Dieses Level habe ich auch noch gespielt. Aber die Levels so danach, die sind... Mir ist vollkommen unbekannt. So. Und rüber da. So. Ach ja. Und hier müssen wir jetzt übrigens... Weil hier die Flöhe sind. Die haben sich hier ausgebreitet. Die Florians. Die müssen wir jetzt alle auf jeder... Ich glaube in wirklich jeder Welt müssen wir diese Leiste an Flöhen tot machen. Und wenn wir irgendeinen Flöhe verpassen, dann... Ne? Hängen wir im Spiel. Oh Gott. Stirb. Nein, 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 nein. So. So. Jawohl. Alle Muscheln. Wir brauchen so viele Leben, wie es nur geht. Wir haben nicht mal eins. Stirb. Jawohl. Nein! Nein! So. Hüpf und hüpf. Sehr schön. Ist hier unten. So. Da geht's Wasser. Ah! 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 Nein! Hoch! Glück. Dreh dich mal um. Leg dich auf den Rücken, Babel. Ah! Und ich weiß, dass hier hinten nämlich auch noch ein Bonus-Level ist. Und zwar dieses. Hier gibt's leider nur Muscheln einzusameln. Aber Muscheln sind toll, weil wir jetzt gleich einen Bonus-Clack kriegen. Guckt euch das an, ist das nicht wunderschön? Kommt, die kriegen wir auch noch. Sehr schön. Und die auch noch. Oh nein, nicht alle, aber egal. Und hier hoch. Ah! Runterschneiden. Kommt. Muscheln hat Samen. Muscheln. Die sind so schön. So. Hier runter. Wieder hoch. Und nochmal hoch. Und runter. Und Muscheln sammeln. Und Ende. Aber mehr war das nicht. Das ist nicht viel. Ich weiß. Aber es ist immerhin etwas. Das sind Muscheln. Und Muscheln brauchen wir auch. Und jetzt lässt mal so eine Biene los. Die ihren Job natürlich nicht macht. Und um das um die Gegner herumfliegt. Natürlich. Wie soll's auch anders sein? So. Muscheln sammeln. War scheiße. Wir brauchen alle Muscheln, die wir kriegen können. Mach den Flo fertig, mein Energie. Ja, mach den Tod! Nein, du sollst nicht mich tot machen! Oh Gott! So, 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 so... Ah, noch ein Fluch! Du musst sterben, mein Freund! Der Plottennator! Komm hoch! So, das gibt's aufs Maul! Ah, tot! Ah! Mann, gib mir mein Arm wieder! Ich versteh nicht, wieso es gerade Bügel sein mussten, die an den Blocks Arm hängt, wenn er sie in irgendwelche Ziele schiebt. Nein, nein, nein! Komm, mach den Tod! Ja, schön! So, hier lang! Und nicht in die Stacheln springen! Haben wir eben schon, ne? So, weiter, 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 weiter! Ey, ich jump mal hier runter! Ich habe Angst, dass ich im Wasser falle! Ist sowas von uneinschätzbar, wo das Wasser hier ist! Ich hasse das Wasser... Wasser, ne, ich hasse Wasser nicht, aber Plot mag Wasser nicht! Ich weiß nicht, wieso wäscht er sich nie? Ich frage mich? Nein, das spreche ich... Den Gedanken spreche ich besser nicht laut aus! Na, stirb! Genau! Sehr schön! Spring, spring! So! Zwei Bienen! Die handeln das schon für mich, man! Meine Homies! Jetzt gibt's nen Drive-By! Ja komm! Was das? So! Weiter geht's! Auf geht's! Und lass noch! Nein! Ich hab die Flöder vergessen! Oh Gott! Und es ist noch genau zwei übrig, glaube ich! Oder? Jetzt hab ich einen gehört! Wo ist er? Habt ihr ihn auch gehört? Wenn nicht, dann müsst ihr jetzt zurückspulen und eure Boxen lauter stecken! Dann sagt ihr mir, ob ihn gehört hat! Schreibt den dann unten drunter! Okay! Okay! Abgemacht! Das! Seht ihr ihn? Fangen wie für ein Löwe, wie Käfig ist denn? Wie das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich treff ihn nicht! Ich lasse halt ne Bienen aus! Zwei Bienen bloß! Umkreist ihn und umkreist ihn um! Aber greift ihn bloß nicht an! Genau! Ja! So musst du das machen! Genau so! Natürlich! Hier zwei Bienen! Also zwei Schaden für ihn! Er hat drei Leben! Und komm! Ich hab dich nicht eingesetzt, damit du ihn nicht tötest! Weiter! So! Weiter! Da hoch! Los! Sprüng! So! Weiter! 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 Von Stück zu Teil! Genau! Von Stück zu Teil! Klärt mit dem Unterschied von Stück und Teil! Ja! Unterlasst einen Post in den Post! In den Comments! So! Jetzt gleiten wir hier auf unser Privatjet hoch! Zack! Wir hüpfen hier rüber! Und hier rüber! Und hoffen, dass wir gleich munter durch die Stacheln kommen! Lalalalala! 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 So! Ich wollte gerade sagen, wenn ich da heil durchkommt, kriege ich 5 Sterne! Aber! Wir kriegen ein Bonusleben! Ist das schön! Ja! Weiter! Weiter! Los! So! Speichern! So!